Jetzt haben wir hier ein Video von zwei Creatoren, die ich beide sehr, sehr, sehr schätze und sehr, sehr gerne mag. Üble Gerüchte über Anni und Gnu, jetzt reicht's. Wir nehmen Stellung. Ich hoffe, das ist in einem nicht sexuellen Kontext zu erkennen. Ich erkenne hier Anni Sedaks neue Wohnung. Die ist sehr schön. Es ist nachts in Berlin. Die Straßen sind kalt. Wir schauen mal rein, was hier erzählt wird. Let's go. Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Hallo Gnolis. Ungewöhnlichen Video. Digger, Lobmaster, dankeschön für den Fünfer. Anni ist zwar neben mir sitzen. So crazy, oh mein Gott, ich berühre dich. Ja, vor allem, wie lang ist es her? Ich kann schwören, bestimmt 2019. Ja, und dann auch nur ganz kurz. Und ich glaube 2018 bei COD. Und da ein bisschen länger. Aber das ist einfach unfassbar lang her, deswegen freue ich mich nicht. Unfassbar. Wir sind alle gepistet. Unsere Nasen tun noch weh. Du hast zehnmal neben dem Raum niesen müssen. Scherzterruf, danke schon, Jo. Ist Anni wegen dir nicht vom anderen Ufer? Das kann man so nicht sagen. Sie hat gesagt, wenn sie sich zwischen Trimax und mir entscheiden müsste, dann wäre sie lesbisch, weil wir beide extrem geil sind. Ich meine, wenn man die Wahl, also man muss einen von uns beiden wählen. Die Wahl ist sehr schwer, deshalb hat sie sich nicht entscheiden können und hat einfach gesagt, ich bin lesbisch. Dieses Stäfchen musst du so niesen davon. Und sie war die ganze Zeit, alles okay bei dir? Ich so, ja, alles gut. Mach Eye-Tracker an, Leute. Ich bin immun gegen sowas. Ich bin immun gegen sämtliche Eye-Track. Ich bin... Eye-Track. Ich bin... Ja. Aber ja, wir sind getestet, wir sind negativ, all Gucci. Genau, und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Video machen können. Es ist übrigens Ostern, deswegen auch die tolle Deko. Oh, Ostern! Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und deswegen gibt es heute ein Special. Und zwar... Ist das eine Anni, ist das Duck-Entre, Andi? Ich habe einen Ausruf auf meinen Instagram gemacht, um sie auf ihren. Und zwar habe ich nach Gerüchten über Andi gefragt. Ich habe den Eye-Tracker leider nicht hier, Chad. Ich würde echt gerne. Und die über mich. Und die werden wir jetzt durchgehen. Und ich glaube, ihr habt den Arsch auf... Genau, das Allererstes... Den Eye-Tracker hat wirklich noch Luca von mir. Lass dir Anni ein Abo da und einen Daumen nach oben. Müsst ihr nicht. Müsst ihr. Also, ich glaube, eines... Ich weiß nicht, warum das wirklich... Sieben Millionen Mal gefragt worden ist, aber... Gnu ist lesbisch. Oh, was soll ich wirklich? Das ist nicht der Fall, das weiß ich. Ja. Ja. Die Frage kam tatsächlich bei mir im Stream auch oft. Und ich glaube, die kommt da durch, weil ich habe in meinem Stream den Tag LGBTQ plus drin. Ah. Finde ich auch mega geil, dass du da so offen drüber sprichst. Und den habe ich tatsächlich drin, weil ich einfach den Leuten das Gefühl geben möchte, hey, hier seid ihr willkommen und hier urteilt keiner bei euch. Voll, ja. Und deswegen kommt her. Den habe ich tatsächlich drin. Ah, und deswegen... Fragen glaube ich viele. Ich glaube tatsächlich, ja. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Okay, okay, okay. Da fragt mich jemand. Und habe unter Videos, wo sie drin war, gelesen, dass sie ihre Freunde nur für Fame ausnutzen. Oh mein Gott. Ähm. Nein? Also doch, das kann ich tatsächlich bestätigen. Ähm, das muss ich jetzt an der Stelle auch mal real talken. Saftiges Gnu hat in der Fortnite-Zeit sehr, sehr viel mit mir aufgenommen. Und hat sich dann nie wieder gemeldet tatsächlich. Nachdem sie mich einfach schamlos ausgenutzt hat für Views. Und, ähm, ja. Mich dann einfach fallen lassen wie eine kalte Kartoffel. Das war natürlich jetzt eine Ironie. Ähm, das ist nicht der Fall. Und Gnu ist übertrieben korrekt und macht sowas nicht, Leute. Achso, Anni. Ja, Anni ist genauso, genau. Ein Guess. Ich weiß nicht, ob man darauf... Das sind Gerüchte über Anni. Achso. Achso. Beide machen das, genau, ja. Kommt. Äh, ich glaube, bei den meisten Leuten... Ich glaube, die meisten meiner Freunde sind gar keine Streamer oder YouTuber. Und klar, wenn man mit so ein paar Leuten zu tun hat, die irgendwie YouTube machen oder Streams machen, das ist immer so... so eine gute Mischung aus, man ist befreundet und man dreht irgendwie Videos miteinander zusammen. Und meistens verbindet man das, also... Hört auf im Chat, Buba zu schreiben, was soll das? Wir beide haben uns jetzt auch heute getroffen, weil ich warst in Berlin und warst so, hey, wollen wir was machen? Ist so, ja, voll gerne. Dann warst so, hey, sind noch Videos drin? Ja, von mir. Und dann chillen wir irgendwie abends. Also, es ist immer so ein bisschen verbunden und manchmal kann man das irgendwie nicht so ganz trennen. Aber ich würde niemals nett zu irgendjemandem sein, der irgendwie wack ist für Fame oder so. Ja, da bist du sehr straight. Und... Warum ist ihr dann nett zu mir? Ich bin doch übertrieben wack. Ich bin doch übertrieben... Ich bin doch übertrieben wack oder nicht? Ach nein! Ach nein! Komplett vergessen! Ich bin ja übertrieben geil! Wir haben auch ganz viel... Nike, danke für deine drei Euro. Du kriegst keinen Creator-Rang. Ich hab's nie aufgenommen, deswegen checkt den Kanal ab. Da kommt dann... Chatt! Chatt, ob du kum! Oh, jetzt ist es schon so spät. Nächste Frage ist... Nur so eine trockene Alkoholikerin sein. Das habt ihr ja... Also, ich hab ja mein Millions-Special auf Twitch gefeiert. Du guckst jetzt die ganze auf meine Arzt. Was? Nein, ich guck gar nicht, ob es deine Herb ist. Hä, was ist dein Herb ist gar nicht? Sieht voll noch nicht aus. Gebt ihn einen Namen in den Kommentaren. Peter. Ähm, ich hab tatsächlich mein Millions-Special gefeiert und ich wusste nicht, dass mir eine Champagnerflasche, ähm, auch poppt. Ich dachte, mach dir den Korken hier. Und deswegen sind wir jetzt im Thema, ich bin trockene Alkoholikerin. Alkoholikerin, ich weiß immer, wie man eine Flasche machen kann. Dankeschön, das war die Züge, Bro. Ah! Scheiße! Digga, die trinkt einfach Champagner im Stream, Junge. Geschafft. Anni spielt in ihren Videos eine Rolle, da sie manchmal in ihren Streams unfreundlich wirkt. Kann ich auch bestätigen, ja. Habe ich öfter mal gehört, meine Kleidbe. Ja. So, das krieg ich voll aufgefragt. Leute sind immer so, hä, in deinen Videos bist du immer so voll laut und auf Twitch bist du eher ruhiger. Aber das Ding ist, keine Ahnung, ich versuch das immer so ein bisschen zu erklären, wie so so ein Verkäufer. Hat ja auch so ein bisschen so eine Verkäuferstimme. Also wenn du im Laden hingehst und irgendwie bei Rewe fragst, Entschuldigung, warum ist das? Und dann dreht sich die Frau so, ah, ja, das haben wir da drüben im Regal. Komm, folgen Sie. Und dann reden die halt direkt auch. Ja. Und dann sind die halt so ein bisschen höher und euphorisch, aber Leute halt irgendwie so eher auf Leute reagieren. Und irgendwie ist das auch so ein bisschen so der Vibe bei Videos. Also das ist so dieses, okay, Kameran, jetzt Video. Dann würdest du natürlich auch sagen, yo, was geht? Ja, wir kochen heute und machen das so. Und natürlich ist man dann so ein bisschen so, yo, was geht? Wir machen jetzt das und oh mein Gott. Also irgendwie ist das dann eher so der Vibe bei Videos. Und Streams, die sind ja auch nicht so kurz geschnitten und so knackig geschnitten mit Musik und Effekten, sondern das ist dann so, okay, wir sind jetzt sechs Stunden. Ja, ja, fühle ich aber, Degar. Wir reden. Das ist auch das Ding, wenn man sich einzelne Videos von mir anguckt, da wirklich wie der letzte Psychopath in den Streams bin ich ja auch deutlich ruhiger. Wisst ihr, was ich meine? Und dann zocken wir was entspannt und dann machen wir was anderes. Natürlich fährt man da halt viel mehr runter und es ist eine viel natürliche... Ja, Streaming actually wirklich so. Kann ich voll verstehen. Und so, man selbst so zehn Prozent mehr. Vor allem Streams ja auch oft abends, wo man auch einfach mal ein bisschen runterkommen muss. Voll, ja. Danke, danke für die zwei Euro. Da bräuchte ich auch erstmal Ruhe. Checken wir später mal. Nachkommunen, die man. Gnu ist eine P***-Darstellerin. Das höre ich auch so oft, gell? Es sind so viele, also wirklich, es ist so oft gefragt worden, dass du P***-Darstellerin bist, dass du schon mal einen P***-Darstellerin hast. Hat sie schon mal einen P***-Darstellerin? Hat Gnu schon mal einen P***-Darstellerin? Nee, hat sie nicht, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe das erst jetzt schon mehrfach professionell gemacht. Und bin ja gerade auch dabei, das Ganze als Collectors Edition zusammenzuschneiden. Das kommt ja auch demnächst. Ich kann mir das bei Gnu nicht vorstellen. Keine Ahnung. Also, mich hat es ja auch echt ein bisschen Überwindung gekostet. Aber meine P***-Collection, die kommt ja dann noch. Wir haben eine Paywall dahinter. Wisst ihr, andere Leute machen Modemarken oder sowas. Und ich mache einfach halt eine eigene Porno-Page. Das wird auch ganz geil. Aber da darf ich jetzt nicht zu offen drüber reden, sonst gibt es einen Bann. Ist doch klar, Monga-Toss. Das ist irgendwo von Ägypten. Also, ich glaube tatsächlich, das habe ich auch oft, dass mich viele Leute mit einer Schauspielerin vergleichen. Die hat halt auch dunkle Haare, helle Augen. Und genauso sehen sie wahrscheinlich diese Darstellerin. Ah, das ist ja Gnu. Ja, ja, genau. Wie heißt sie nochmal? Merkel. Merkel, oder? Ich kriege so oft welche geschickt, die sagen, guck mal, die sieht aus wie du bist du. Und ich sage, nein, Mann, die sieht komplett anders aus. Also, hier auch nochmal. Nein, gibt es nicht. Oh. Ich meine, ich finde... Ja, gut. Ja, finde ich jetzt auch schade. Auch eine Frage oder ein Gerücht, was unfassbar oft kam. Ich glaube, mit von den meisten abgehöhlt. Anni steht der Rui. Also, Antonia ist wirklich sehr nett. Wir verstehen uns sehr gut. Aber ich unterdrücke jegliche Gefühle, die vielleicht hochkommen würden, weil sie in Madeira wohnt. Und deswegen ist das so... Ich auch. Aber deshalb fliege ich nächste Woche Samstag dahin und lasse meine Gefühle raus, ob sie es will oder nicht. Ist doch klar, oder? Wir sind Freunde. Vor allem, nicht nur ich würde es feiern, auch die Community. Ja, ich würde es auch feiern. Was? Nächste. Okay, ich habe gehört, dass Gnu einen Onlyfans erkannt hat. Ich habe auch einen, aber nur zum Subscriben. Auch eine Frage, die sehr oft von dir kam. Nee, ich habe kein Geheim. Ich frage auch, was ist denn der Sinn von einem geheimen Onlyfans-Account? Ja, man kann halt dann... Man kann halt dann die... Also, man kann ja dann die Sachen von anderen Leuten gucken. Ich habe auf Onlyfans nur... Toni Piroza abonniert, weil ich hoffe, dass ich irgendwann seinen Penis sehen kann. Nee, tatsächlich nicht. Gibt es nicht. Ich hoffe, ich bin nicht so all. Du! Bist du das? Ja, genau so. Stefan dreht so's Handy um. Anni soll Nudes gepostet haben, hat mir meine Freundin erzählt. Das war nicht Anni selber. Das war ich, nachdem ich ihren Computer gehackt habe. Das ist ganz wichtig. Das war sie nicht selber, ne? Vor allem wo? Einfach so, Anni, Nudes gepostet! Warum sollte ich das machen? Wo? Ja. Also, ähm... Ich habe früher Cosplay gemacht, und Cosplay ist ja übel sexy, und habe da halt auch viele Cosplays, die einfach sexy waren, wo man einfach so... Die habe ich halt gefeiert damals. Aber nie nackt die. Ja. Hey, Leute, ich habe das Video hochgeladen. Hier sind meine... Dinger. Genau. Dann würdest du mit Boris nur noch einen Schuss hören, nach seinem Ziffer. Gnu war nie in Melbourne. Es war alles fake und in einem Greenscreen-Haus, weil sie kein Geld fürs Reisen hat. Dinger, das ist sehr, sehr weit hergeholt. Stimmt. Ähm, ja. So war's. Sehr, sehr weit hergeholt, ja. Nein, tatsächlich nicht. Deswegen bin ich auch immer um 3 Uhr morgens aufgestanden, damit ihr das glaubt, genau. Nee, ich war tatsächlich in Melbourne. Ein Jahr. Das war echt geil. Außer halt Buschfeuer und Corona waren scheiße. Buschfeuer und Corona war schon ein bisschen blöd. Ansonsten war es ganz cool in Australien. Der ganze Kontinat gebrannt und wir konnten teilweise nicht das Haus verlassen. Aber ansonsten war es echt cool da. So. Dann, dass sie insgeheim 30 ist oder älter und nur gelogen hat als die Jünger ist. Oh mein Gott. Nee, ich will dann... Pass auf. Das Ding ist halt, ich habe mein Alter immer, also, was heißt immer, aber sehr, sehr viele Jahre lang geheim gehalten, weil ich das nicht mochte, weil ich... Ich bin 22. Und ich immer so damit konfrontiert wurde, was, du bist erst so, oh man, du bist ja voll nett und voll cool und dann so, was, du bist erst 19, okay, dann... äh, nehm ich alles zurück, so, du bist ja noch ein Kind, du musst ja noch voll viel lernen und ich fand das so ätzend, weil ich halt im Stream voll oft auch über so ernste Themen gesprochen habe und gerne ernst genommen werden wollte, wenn ich darüber rede. Also habe ich nie gesagt, wie alt ich bin, weil ich immer Angst hatte, wenn ich sage, ich bin 20, dass Leute sagen, ach, du hast doch keine Ahnung, halt die Fresse. Und wenn Leute nicht wissen, wie alt ich bin, haben die es immer so ohne Wertung aufgenommen. Diese Frage kam so oft, ich weiß nicht, wie Leute darauf kommen, aber dass du eigentlich ein Kerl bist. Kuss. What? Was? Was? Gnu hat, Gnu ist eigentlich ein Mann? Okay, aber dann, dann ist sie ein sehr hübscher Mann, ne? Das muss man, das muss man sagen. Du bist eigentlich ein Kerl, dass du ins Geheimnis hast, all diese Sachen. So oft wird das gefragt. Why? Nina, lass es gleich, Dankeschön. Vielleicht wegen meinem Lerbenhumor. Also ich bin ja... Oh ja, ich habe noch nie eine Frau gehört, die Kackwitze macht. Ja, also ich mache vielleicht also ich habe wirklich selten jemanden gehört, der generell so viele Kackwitze macht wie du. Ja, aber sie hat ja auch einen Ankacker-Fetisch. An, wie heißt das? Anscheiß-Fetisch. Egal, ob man... Oder, was ich mir vorstellen kann, sie haben meine ausgeprägten Achselhaare gesehen, das kann ich mir auch vorstellen. Auch an der Stelle wieder, ne? Körperbehaarung ist natürlich und Körperbehaarung ist im Endeffekt auch nur Körperbehaarung. Weil, das ist einfach normal. Statement. Don't, ähm, nicht, äh, Bodyshame und nicht Körperhaare shame. So. Und Monte würde die Achseln... Genau. Du bist eine wunderschöne Frau. Ich find jeden Menschen schön, so. Ach, wenn ich eben kurz, als ich von hinten gedacht habe, gesagt habe, oh, Stefan. Das war ein Wild, das war ein Wild. Ich hab gehört, dass Anni von zu Hause rausgeschmissen wurde. Stimmt auch. Oh, nein, das ist tatsächlich nicht. Ach so. Ich bin, äh, von zu Hause geflüchtet, aber, äh, nicht so richtig. Ach, deswegen kam das so auf. Ich bin hier rausgeschmissen worden, ähm, aber, ich hab wirklich versucht, so früh wie es geht auszuziehen, weil bei mir zu Hause damals schwierig war, ähm, bin mit 17 ausgezogen. Ach. Ach, krass. Und mit, äh, angefangen zu studieren. Das war dann das Ding. Neben der Schule. Mein Mittagsprach war super. Ich hab noch ganz viel gearbeitet, damit ich mir Möbel leisten kann, Operation und so. Und dann, äh, quasi den ganzen Sommer durchgearbeitet und dann direkt. Ciao. Ach, Wahnsinn, krass. Du bist mit Heno zusammen. Oh, Mann. Ja, das ist nicht der Fall. Ja. Das ist kompletter Bullshit. Heno ist mit Tamina zusammen. Also, Heno hatte Freunde schon ganz lange und ich hab auch einen Freund. Ja. Aber viele verwechseln sich mit Tamina. What? Wie können, wie kann man die beiden denn verwechseln? Die sehen doch unterschiedlich aus. Das Einzige, was die gemeinsam haben, ist, dass die beide lange dunkle Haare haben, oder? Weird. Und als wir dann das erste Mal nämlich mit Tamina und mir... Ah, dunkle Haare, helle Augen. Genau, so wie das halt wieder so, Heno hast du dunkle Haare, helle Augen, bist doch Henos Freundin. Also, du bist jetzt auch der Klassiker. Und als wir dann ein Video mal aufgenommen haben, wo wir wieder dabei sind, haben wir gesagt, hä, wieso gibt's die denn zweimal? Wo ich mir auch denke, so, Leute, ey. Alter, Heno hat einfach zwei Freundinnen. Junge, da Baby, let's go. Okay, also, wir sind, äh, Sülze Homies. Äh, sie hatte mal gesagt, sie will sich einen riesen Kim Kardashian-Ass operieren lassen. Stimmt. Okay. Aber ich liebe riesige Ärsche. Ich weiß, deswegen mach ich's nicht. Deswegen hab ich angefangen mit Sport und hab versucht, deswegen einen riesigen Arsch zu kriegen. Alter, ich werde jetzt nur noch meinen Arsch trainieren. Ich werde jetzt einfach nur noch meinen Arsch trainieren. Damit ich so einen richtig riesigen, juicy, thick, nice Booty habe. So einen richtigen, so einen richtigen, oh, so einen richtigen, nicen, ich will so einen richtig geilen, riesen Arsch haben. Ich will so einen Arsch haben, wo andere vorbeigehen und sagen, damn, Bro, ist das eine Tieferaragen-Einfahrt oder dein Arsch? Und ich will so einen Arsch haben, wo Leute vorbeigehen und sagen, dicker, chillige Landebahn, kann ich mein Flugzeug hier drauf parken? Mein Arsch soll so groß sein, mein Arsch soll so groß sein, dass ich einfach auf meinem Arsch, wenn ich irgendwann mal Kinder hab, meine Kinder tragen kann. Die sitzen da so drauf. Und mein Arsch soll einfach so geil sein, so groß und geil und wohlgeformt und geil riechend sein, dass ich meinen Arsch, der sieht einfach aus wie so ein skaltert Kürbis. So wisst ihr, was ich meine? So soll mein Arsch aussehen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich bin langsam, noch nicht ganz, aber fast damit in Ordnung zu akzeptieren. Ich bin weiß und dünn und werde niemals prächtige Kurven haben. Oh, ich werde mir so einen geilen Arsch reparieren. Das ist sehr schade. Oh ja, wo ich noch gar kein Arsch hatte, habe ich so Pets gehabt für auf Arsch, damit das einfach geiler aussieht. Und dann kamen Leute auf Konvention und so, was ist das denn? Nein, ich so, alles fake, aber danke. Wie so ein Push-Up-BH für den Hintern. Aber Cosplay ist halt. Ja, also, ganz ehrlich, deswegen. Gönnt euch einen Arsch-Push-Up. Danke, mach ich. Okay, die Frage... Ich gehe in die Bibi-Luxus-Lino und mache mir den geilsten Arsch. Da kam auch echt auf, und zwar, dass du gar keinen Freund hast, sondern nur so tust. Was hat man denn davon? Was hat man denn davon? Hä? Genau, also der Mensch, der immer in meine Streams reinkommt und mir essen, gibt es eigentlich einen Sklave. Okay. Das war auch gar nicht wegen meinem Freund in Australien, weil das auch gar nicht alles passiert. Das war das Greenscreen-Haus. Genau. Also eigentlich ist alles weg. Und ich bin ein echtes Kerl, der auf Lacken geht. Nein. Okay. Also... Können wir mal ein Was-Bruder haben? Natürlich habe ich einen Freund, und der möchte sich nur nicht zeigen. Man sieht in dem Stream manchmal sein Händchen. Und das war's. Aber es gibt die Brüder. Ja. Ja, Mann. Ganzer Chat voller Was-Bruder. Was-Bruder? Was-Bruder? Best Emote. Ich schwöre, ich liebe es, Digga. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe noch eine Frage, ein Gerücht, oder beziehungsweise, ja, was rumgeht. Dass die Schönheits-OPs normalisiert und verschönt, habe ich häufiger gelesen. Ja, und? Ist doch nicht schlimm. Jetzt kann ja jeder mit seinem Körper anstellen, was er will. Es kann jeder mit seinem Körper machen, was er will. Ich zum Beispiel will so einen riesigen, geilen Arsch einfach haben. Ich will so einen richtig geilen, riesigen Arsch haben. Jeder kann mit seinem Körper machen, was er möchte. Und wenn es mein Goal ist, einen riesigen, geilen Arsch zu haben, dann mache ich einen riesigen, geilen Arsch. Oder, Chat? Was sagt ihr? Das Thema ist immer so schwierig, weil es gibt halt immer so dieses, rede ich gar nicht drüber. Dann heißt es, oh, du sagst gar nicht, was du mir gemacht hast. Du bist voll untransparent, du bist gar nicht authentisch, du bist nicht ehrlich. Und wenn ich drüber rede und einfach sage, hey, das habe ich gemacht und das war zum Beispiel voll schrecklich und das will ich nicht nochmal machen und das war irgendwie unnötig oder so, dann versuche ich einfach nur ehrlich zu sein. Und klar redet man manchmal Sachen gut dabei, weil ich mache etwas, um mich danach wohler zu fühlen. Und wenn ich mich danach wohler fühle... Aber das ist ja auch jedem selbst überlassen so. Es gibt halt Leute, die sagen, okay, sei mit deinem Körper zufrieden. Aber wenn ich doch nicht zufrieden bin, dann ist es doch auch mir überlassen, was damit zu machen, oder? Dann kann ich es ja kaum schlecht reden, wenn es nicht wirklich viel Schlechtes daran gab. Und immer so schwierig, man will irgendwie ehrlich sein und alles irgendwie teilen und auch so transparent wie möglich sein, weil ich hätte zum Beispiel als 13-Jähriger echt gern gewusst, dass die meisten YouTuberinnen und Stars und Schauspieler und so weiter, dass die alle irgendwas gemacht haben im Gesicht und dass die gar nicht so aussehen. Ich hätte das gerne gewusst, weil dann hätte ich mich nicht so schlecht wegen mir selbst gefühlt. Aber wenn man das dann macht, dann heißt es, man verschönigt das. Ich versuche da irgendwie ehrlich zu sein und sagen, es ist teuer, es tut weh, es ist nervig, man muss es immer wieder machen. Aber es hat natürlich auch seine positiven Seiten, sonst würden es ja nicht Leute machen. Ja, safe. Finde ich aber voll gut, dass du es auch gerade ansprichst. Mir hat es tatsächlich damals voll gut getan, als ich gewusst habe, oder deswegen liebe ich auch diese Instagram-Seiten, dass auch mal Frauen zeigen, hey, die haben auch Zellulite und so und ich mir denke, ey, okay, hätte ich das mal eher gewusst. Und ich finde zum Beispiel auch Schönheits-OPs, wenn man die für sich macht, finde ich voll gut. Wenn man es aber macht, weil man sagt, oh, das ist ein Trend, damit kriege ich mehr Likes und Klicks oder ich mache es wegen anderen, würde ich es nicht machen. Aber Inscope hat sich auch bei den Augen operiert, ja, aber ich glaube halt, damit er besser sehen kann, oder? Bei mir auf meinen Lippen damals, das habe ich ja auch nur gemacht, weil ich halt immer gedacht habe, oh, ey, warum haben die so krasse Lippen und so und oh, okay, ich will das auch. Deswegen finde ich es schon echt cool, dass du so offen drüber sprichst, dass du an Leuten sagst, ja, das gibt's, ja, das ist so. Gerade wenn Leute ansprichern, ich habe alle auf meinen Lippen angesprochen, ich habe immer Nein gesagt. Wie dumm, wie peinlich im Nachhinein. Ja, aber ich verstehe es auch, wenn alle einen auch immer so dafür judgeigen, traf, dann sich natürlich nicht nur zu sprechen. Ja, aber es war so offensichtlich, deswegen finde ich es halt cool, wenn du es offen halt ansprichst und wenn ihr es für euch macht... Ich glaube, ich würde meine Nase operieren lassen. Ich will so eine Nase haben, ich will so eine Nase haben, so. So würde ich aussehen, so. So wäre chillig, so eine Nase hätte ich gerne, oder, Chat? Das wäre geil, so eine Nase möchte ich haben, Digga. Das, 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 das wäre geil, das würde ich gerne machen. Aber versucht, nochmal zu überlegen, mache ich das, weil ich gerade so viel Instagram sehe und weil ich aussehen möchte wie Person von... Oder stört mich das wirklich und ist das wirklich was, wo ihr sagt, ey, das muss ich ändern? Auf Sascha angelehnt, Chat. Ist schon schwierig oft, dass man nicht so in dieses Loch fällt. Und deswegen gerne auch bei Anni vorbeischauen, dir hat ein ganz tolles Video zu hochgeladen, ist unverliebt. So, er hat noch eine letzte Frage, nämlich, dein Freund ist in Wirklichkeit Maxi frei. Das wird auch so oft gesagt. Ja, das stimmt tatsächlich auch. Nein, also... Okay. Also Maxi, ich habe ja so ein paar Kollegen, da sage ich immer, ich kriege einen Milcheinschuss. Oh. Weil ich das so süß finde, Muttergefühle kriege und auch Maxi habe ich echt mega lieb und auch Fotos, das sind so die... Ich kriege bei Maxi frei, wenn ich den sehe, einfach eine stahlharte Erektion und keinen Milcheinschuss. Ich glaube, das ist das Gleiche, oder? Ne, ist echt hier nicht das Gleiche. Einen Milcheinschuss kriegt man, wenn man Muttergefühle hat und wenn man als Vater eine Erektion bekommt, ist das ganz, ganz weird. Vergesst, was ich gesagt habe, scheißen wir drauf. Zwei, als damals mein Kanal war, die waren immer für mich da, die haben immer für mich aufgenommen, die ich nie hängen lassen, obwohl ich voll wenig Klicks habe. Deswegen sind Goldschätze, aber sind für mich einfach super liebe Kollegen, die ich sehr, sehr gerne habe. Wer? Nie hängen lassen, obwohl ich Maxi habe ich echt mega lieb und auch Fotos. Ein paar Kollegen, da sage ich immer, ich kriege einen Milcheinschuss. Auch? Nein, also... Also Maxi, ich habe ja so ein paar Kollegen, da sage ich immer, ich kriege einen Milcheinschuss, weil ich das so süß finde, Muttergefühle kriege. Und auch Maxi habe ich echt mega lieb und auch Fotos, das sind so die zwei, als damals mein Kanal war, die waren immer für mich da. Die zwei? Maxi-Fai ist einer? Obwohl ich voll wenig Klicks habe, deswegen sind Goldschätze, aber sind für mich einfach super liebe Kollegen. Aber Maxi-Fai ist eine Person. Also ist Maxi dein Freund? Nein. Ja, Leute, das war es von euren Gerüchten. Wir hoffen... Fotos, ah. Wir konnten einige davon eliminieren und hoffen, ihr spinnt euch nicht weitere Gerüchte. Weg eliminiert. Schreibt gerne noch in die Kommentare weitere Dinge, die ihr eventuell gehört habt. Checkt auf jeden Fall Ani ab, abonniert, macht fleißig viele Videos, lässt viele da. Und auf jeden Fall Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon wollt. Äh, da ist ein Abo bei Genuda. Okay, machen wir so. Bis zum nächsten Mal. ide Teilen? Dein so². Uh K fato Roland. Vielen Dank.